Was macht er da? Er scherbt seine Hörner. Oh, oh, er steht fest. Wir müssen ihn da rausholen, bevor er die ganze Tankstelle zerstört. Was? Können wir ihn mit diesen Sträuchern weglocken? Du weißt, dass Nasuto Ceratopsle keine Wüstensträucher fressen. Hast du eine bessere Idee? Da drin finde ich sicher irgendwas. Gut, und ich versuche ihn zu beruhigen. Hallo auch, Kumpel. Alles gut. Ich tue dir nichts. Wenn du dich beruhigst, stehen wir das alle gemeinsam durch. Darius, fang! Kringelkracher? Was anderes war da nicht? Mh, nusprige Kringelkracher. Nein, nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Gut, ruhige dich. Holen Sie sofort den Feuerlöscher! Wir müssen uns gerade halten! Wir müssen uns gerade halten! Wir müssen uns gerade halten! Oh, Mann! Der neugierde! Der prototypes Ah! Merde! Vielen Dank. Ich hatte im Leben noch nie so viel Angst. Erklärt mir bitte eins. Wie habt ihr auf dieser Insel überlebt? Habt ihr euch nicht wahnsinnig gefürchtet? Oh, und wie? Diese Angst legt sich auch nie so richtig. Wir haben uns durch sie nicht kontrollieren lassen. Das war das Wichtigste. Außerdem hatten wir einander. Wir sollten dann wohl mal losfahren. Ja. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Diese Auffrischung eurer Snackvorräte geht aufs Haus. Das war das Mindeste. Ihr habt mir das Leben gerettet. Und meine Tankstelle auch. Na schön, ich schätze, in ihm habe ich mich auch getäuscht. Trinkt nur nicht zu viel, sonst müssen wir jede fünf Minuten eine Pause einlegen. Da muss ich einmal ganz dringend. Einmal! Und du machst dich darüber lustig. Zu Sammy? Zu Sammy. Oh, du hast das gute Zeug. Na, ich weiß nicht. Rubinzöpfe? Wenn du allerdings die deutlich minderwertigeren Zwirbler magst, wie könnte ich dich verurteilen? Hast du eigentlich schon mal probiert? Okay, wow. Die sind... Oh, die sind... Wow! Du gewinnst. Hm, sag ich ja. Ich danke dir, dass du mit mir kommst. Und... Und mich beruhigst. Sehr gern. Wir haben einander. Hey! Ich dachte, die wären mein Friedensangebot. Hast recht, hast recht. Aber Friedensangebot heißt doch immer teilen, oder? Ja, bye!